Petro Lombardi auf den Wiesen Das denkt der DSDS-Juror über das Oktoberfest Köln, Sarah Engels, 30, war in der vergangenen Woche in München auf dem Oktoberfest zu Besuch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian, 30, schlenderte sie über die Wiesen. Nun hat sich ihr Ex-Mann Petro Lombardi, 31, dazu geäußert, was er über das größte Volksfest der Welt denkt. Denn am späten Sonntagabend machte sich der Gewinner der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar per Zug auf den Heimweg von einem privaten Termin. Dabei startete der Sänger eine Fragerunde auf seinem Instagram-Account. Einer seiner 2 Millionen Follower wollte dabei von dem Zweifach-Papa wissen, ob er schon mal auf dem Oktoberfest war. Brauch ich nicht. Ist ein Fest, wo alle besoffen auf Tischen tanzen und saufen. Ist nicht meine Welt, aber wenn man es feiert, auch okay, stellte der DSDS-Juror deutlich klar. Ein kleiner Seitenheb gegen seine Ex-Frau? Immerhin verschlug es sie von ihrem Heimatort Köln aus auf das größte Volksfest der Welt, wo sie mit ihrem liebsten Julian sowie ihren Best-Bad Bidies Cassie Hummels, 35, deren Schwester Wanny Fischer, 33, und Jessica Contento, 32, über das Gelände schlenderte. Comedian Matze Knob, 48, war ebenfalls mit von der Partie. Ob Sarah die Aussagen ihres Ex-Mannes als Afron versteht, wird sich zeigen. Denn dann dürfte eine Antwort nicht lange auf sich warten. So stellt sich Petro Lombardier seine Verlobte Laura Maria Rüper bei ihrer Hochzeit vor. Doch das Thema Oktoberfest war nicht das einzige, welches seine Anhänger von dem Verlobten von Laura Maria Rüper, 27, wissen wollten. Unter anderem fragte ein Fan, in welchem Kleid er seine Angebetete denn gerne bei der Hochzeit sehen würde. Auch dort war der Cinderella-Interpret offen und ehrlich. Komplett in pink, lautete seine Antwort in der Instagram-Story. Das Paar ist nun fast ein Jahr verlobt. Wann die Hochzeit ansteht ist noch nicht genau klar, doch eins ist sicher, die Trauung findet erst dann statt, wenn sein jüngster Sprössling Leanne laufen kann, wie Pia in einer früheren Story bereits bekannt gab. Das Paar ist nun fast ein Jahr.